Herzlich willkommen beim interdisziplinären Masterstudiengang Business and Psychology. Willkommen in Ingolstadt, der Stadt, die erst kürzlich von der Wirtschaftswoche auf Platz 4 der lebenswertesten Städte Deutschlands gewählt wurde. Herzlich willkommen auch an der WFI, der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Eichstätt-Ingolstadt, die sich vor allem durch eine stark vernetzte Studierendenschaft und ein hervorragendes Betreuungsverhältnis auszeichnet. Der neue Masterstudiengang Business and Psychology kombiniert das Beste aus zwei Welten und wurde für alle interdisziplinär interessierten Quer-, Neu- und Vorausdenker mit einem Hintergrund in Psychologie- und oder Wirtschaftswissenschaften konzipiert. Der hier vorgestellte Studiengang besticht durch seine ausgewogene Kombination aus Interdisziplinarität, Internationalität, Praxisbezogenheit und Methodenlehre. Hier erfahren Sie mehr zur deutschlandweit einzigartigen Verbindung aus Psychologie und Ökonomie, zum Aufbau des Studiengangs und dazu, warum Sie gerade dieses Programm optimal auf die Herausforderungen der modernen Arbeitswelt vorbereitet. Eine erfolgreiche Mitarbeiterführung wird in modernen Unternehmen zunehmend komplexer und vielschichtiger. Daher wird neben ökonomischem Know-how auch psychologisches Wissen für Führungskräfte immer wichtiger. Die Psychologie vermittelt tiefgehendes Wissen über menschliches Verhalten im Kontext von Unternehmen und anderen Organisationen. Die Wirtschaftswissenschaften liefern die entsprechenden ökonomischen Werkzeuge. Der Studiengang Business and Psychology vereint daher in einem interdisziplinären Team aus den Bereichen BWL, VWL und Psychologie die beiden Welten Wirtschaft und Psychologie. Der Studiengang ist, um der Internationalisierung globaler Arbeitsprozesse gerecht zu werden, so strukturiert, dass er vollständig auf Englisch studierbar ist. Die Studierenden profitieren so von der kulturellen wie sprachlichen Vielfalt der Studierenden und Dozierenden an unserer Universität. In Kombination mit der für die KU typischen individuellen Betreuung bietet der Studiengang daher eine internationale Ausbildung auf hervorragendem Niveau. Hier werden die Führungskräfte von morgen ausgebildet. Der Pflichtteil des Studiengangs umfasst fünf Module, die einen Umfang von insgesamt 25 ECTS-Punkten haben. Diese sollten gemäß dem idealtypischen Studienverlaufsplan gleich zu Beginn des Studiums belegt werden, um eine gemeinsame inhaltliche Grundlage in allen fünf thematischen Schwerpunkten zu schaffen. Im Grundstudium wird außerdem die Verbindung zwischen den Disziplinen verdeutlicht und sichergestellt, dass Psychologen und Wirtschaftswissenschaftler Einblicke in die jeweils andere Disziplin erhalten. Darüber hinaus ist ein zusätzliches verpflichtendes interdisziplinäres Forschungsseminar im Umfang von zehn ECTS-Punkten vorgesehen. Dieses erstreckt sich über das dritte und vierte Semester und wird von allen Professoren und Professorinnen, die mit Pflichtkursen im Studiengang vertreten sind, angeboten. Der Wahlpflichtbereich zielt auf eine möglichst flexible Schwerpunktsetzung ab. Aus dem breiten Angebot sind sieben Kurse auszuwählen, die beide Fachdisziplinen Wirtschaft und Psychologie abdecken müssen. Die Wahlpflichtkurse werden im Studiengang ab dem zweiten Semester angeboten, um den Studierenden, falls gewünscht, ein Auslandssemester im dritten Semester zu ermöglichen. Darüber hinaus müssen Wahlmodule im Umfang von 20 ECTS-Punkten absolviert werden. Diese können auch zur Bildung persönlicher Schwerpunkte, wie beispielsweise Personalwirtschaft und Personalpsychologie, verwendet werden, um so das eigene Bewerberprofil zu schärfen. Auch hier ist es das Ziel, den deutschsprachigen und internationalen Studierenden aus einem möglichst breiten Angebot wählen zu lassen. Abschließend ist eine theoretische oder empirische Masterarbeit im Studienablauf vorgesehen. Diese hat einen starken Bezug zum Forschungsseminar des dritten und vierten Semesters und ermöglicht daher eine Vertiefung eines vorher bekannten Themas. Die Masterarbeit wird mit 30 ECTS in das Studium eingerechnet. Auch hier kommt wieder die exzellente Betreuung an der KU ins Spiel, die vielseitige und spannende Masterprojekte auch in Zusammenarbeit mit Praxispartnern ermöglicht. Die Kombination von Wirtschaft und Psychologie ermöglicht den Studierenden eine einzigartige und sehr differenzierte Sichtweise auf Unternehmen. Das Programm beleuchtet sowohl eine unternehmensinterne Perspektive, die einen Schwerpunkt auf Mitarbeiterführung und Management innerhalb von Organisationen legt, als auch eine unternehmensübergreifende Perspektive, die das Verhalten auf Märkten beschreibt. Im Studiengang werden Module aus fünf Themenbereichen angeboten. Personalwirtschaft und Personalpsychologie, Verhalten in Organisationen, Markt und Wettbewerb, ökonomische Prozesse und Verhalten, sowie methodische Grundlagen. Diese Themenbereiche sind als individuelle Schwerpunktsetzungen zu verstehen und ermöglichen den Studierenden somit eine große Freiheit in der Gestaltung ihres Masterstudiums. So kann persönlichen Karriereplänen schon im Studium zielgerichtet Rechnung getragen werden. Die Arbeitswelt und die Arbeitsweisen in Organisationen unterliegen einem stetigen Wandel, hervorgerufen zum Beispiel durch neue Technologien oder intensiverem Wettbewerb infolge der Globalisierung. Für Führungskräfte bzw. Personen mit hoher Verantwortung in Organisationen bedeutet dies, dass auch die Komplexität ihrer Aufgaben stetig steigt. Zur Bewältigung dieser Aufgaben ist multi- und interdisziplinäres Wissen notwendig, das sowohl ökonomische als auch psychologische Kenntnisse umfasst. Auf diese Aufgabenfelder und Herausforderungen der Praxis bereitet der Masterstudiengang sehr gezielt durch seine interdisziplinäre Perspektive vor. Durch die internationale Ausrichtung des Studiengangs, beispielsweise in Form englischsprachiger Lehre und internationaler Studierender, sind dabei die zukünftigen Arbeitsfelder nicht auf den deutschen Sprachraum beschränkt, sondern umfassen auch Tätigkeiten in internationalen Organisationen und Unternehmen. Absolventinnen und Absolventen des Masterstudiengangs werden dazu qualifiziert, in der Organisations- und Unternehmenspraxis auftretende Probleme zu erkennen und zu lösen. Sie werden dazu ausgebildet, Führungspositionen als leitender Angestellte, Personalverantwortliche, Marketing- und Produktmanagerinnen und Manager sowie als Beraterinnen und Berater verantwortungsvoll zu bekleiden. Sie sind damit bestens geeignet, Positionen zu übernehmen, die eine Kombination von Wissen und Fähigkeiten aus den Wirtschaftswissenschaften und der Psychologie erfordern. Gerade das vernetzte Denken, das in diesem Studiengang im Fokus steht, wird auf modernen Arbeitsmärkten gesucht und entsprechend honoriert. Der Masterstudiengang richtet sich an deutschsprachige und internationale Studieninteressierte mit einem ersten Studienabschluss, beispielsweise einem Bachelorabschluss, in den Bereichen Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre, Psychologie oder einem vergleichbaren Abschluss. Darüber hinaus müssen jeweils Kompetenzen im Bereich von Statistik, Mathematik, Psychologie und allgemeine BWL nachgewiesen werden. Fehlen diese spezifischen Kompetenzen, so können bis zu 10 ECTS-Punkte innerhalb der ersten beiden Semester nachgeholt werden. Darüber hinaus sind Sprachhinweise in Englisch B2-Niveau und Deutsch A2-Niveau zu erbringen. Bewerben Sie sich für den Studiengang zum Wintersemester bis zum 30. Juni auf unserem Bewerberportal. Dieses finden Sie online. Vergessen Sie nicht, dass die Bewerbungsunterlagen neben einem Abiturzeugnis und einem Bachelorzeugnis bzw. eines aktuellen Transcript of Record auch einen tabellarischen Lebenslauf und die Sprachnachweise für Englisch und Deutsch umfassen. Wir freuen uns auf Sie! Bei weiteren Fragen kontaktieren Sie gerne unsere Studierendenberatung oder besuchen Sie unsere Webseite ku.de slash businessandpsychology. цGeme CC tile ведeren Sie ja pure음so Deiz GA IS DIR Untertitelung des ZDF, 2020